Wolltet ihr auch schon immer mal wissen, warum der Orkan immer so nervös ist? Schwagsinn. Bin ich gar nicht, Mann. Da habt ihr es. Seine Liebe zum Kaffee kennt ihr vielleicht schon aus unserem DeLonghi-Video. Kaffee? Wo? Es liegt aber nicht nur am Kaffee selber. Kaffee? Es liegt auch an diesen schicken Chromtassen hier. Kaffee? Wo? Wir haben doch mal ein kleines Experiment vorbereitet. Wo ist denn jetzt mein Kaffee? So, wir haben jetzt zweimal ganz frischen Kaffee. Einmal in der herkömmlichen Keramiktasse und einmal in der schicken Isis-Diät-Ede-Stahl-Tasse. Wollen wir mal schauen, worauf der Orkan so anspricht. Servus, Orkan. Servus. Ich habe dir einen Kaffee gemacht. Trink mal einen. Ich danke dir. Es ist total lieb. Du bist halt ein lieber Kerl. Ich weiß. Ich weiß. Dann trink ich mal. Trink mal auf mich einen. Ich trinke mal. Was ist denn das für ein Dreck, Mann? Schmeckt doch total beschissen, Mann. Versuch den, Mann. War es gut? Ich weiß nicht, was los ist. Ganz normaler Kaffee. Ah. Oh. Total lecker. Gott sei Dank. Das schmeckt super gut. Das liegt wirklich an der Tasse. Trag den Dreck da weg. Ich behalte es. Trink ruhig aus. Schaffst du mich heute die Nacht durch. Du bist ein fieser Hund. Oh. 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 Oh.